extra chill der deutschsprachige podcast für musik aus der großen weiten welt der elektronischen musik erlebt einen spannenden mix aus ambient chill out downtempo elektronika und lounge alle 14 tage nur hierbei extra chill so 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 und so so besuchte uns nach dem letzten Auftritt in Episode 291 das Solo-Projekt King She alias Vlad. Es gibt ein neues Album von ihm, das den schönen Titel Old Records in a Vacuum trägt und aus dem wir gerade das Stück The Signal gehört haben. Erschienen ist es vor wenigen Tagen beim Label Avery Bridge Records und kann dort direkt über Bandcamp gekauft oder gestreamt werden. Natürlich gibt es auch andere Bezugsquellen, besucht meine Homepage extrachill.de für weitere Details. Wir schreiben den 15. Juni 2021 und kurz vor dem längsten Tag des Jahres wirkt die Welt ein wenig freundlicher dank sinkender Infektionszahlen. Es ist schön, dass die Einschränkungen wegen der Pandemie langsam zurückgehen, trotzdem sollten wir alle auch weiterhin wachsam sein, finde ich. Und mein kleiner Podcast ist gut geeignet, sich mal für eine Stunde auszuklinken, denn am besten genießt man extrachill für sich allein mit einem paar Kopfhörer auf den Ohren. Oder habt ihr andere Vorschläge? Dann schreibt mir bei Soundcloud oder an die Adresse info at extrachill.de. Oder kommentiert diese 348. Episode bei YouTube. Links zu den wichtigsten Podcast-Plattformen befinden sich ebenfalls in den Shownotes auf der eben erwähnten Homepage. Die beiden Tracks des ersten Songpärchens heute verbinden diverse Gemeinsamkeiten. Zuerst stammen beide Künstler, also beides Männer, aus Ungarn. Beide zählen zu absoluten extra-chill-Urgesteinen und beide produzieren feinste Downtempo-Electronica. Eine weitere Gemeinsamkeit ist auch die Tatsache, dass ich die beiden Jungs auf der Plattform Jamendo.com entdeckt hatte, wo zumindest das Projekt Adult Only von Onyq Roller noch aktiv ist. Denn sonst wäre ich nicht auf seine Single Legacy gestoßen, die wir gleich hören werden. Dieser Song ist der 18. Beitrag von Adult Only hier bei extrachill. Sein Landsmann Gergo Dula alias Fono Gerry tritt hingegen schon zum 40. Mal in einer Episode meines Podcasts auf. Sein Debüt gab Gergo in Episode 77 und was soll ich sagen? Auch sein neuster Longplayer mit dem Titel Paper Planes überzeugt wieder auf allen Ebenen. Passend zu den sternklaren Nächten hören wir daraus als ersten Auszug das Stück Stargazing. Untertitel von Um촉zer Bis zum nächsten Mal. 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 Und wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.